Liebe Helga, herzlichen Glückwunsch zu diesem Reis. Du bist ein so großes Vorbild für so viele von uns. Du hast kein Talent zur Frustration, wie du selbst immer sagst. Und was du da schon letzten Festspielsommer da mitgeholfen hast, das da in Salzburg stattfindet, was so eine hohe Signalwirkung hat für die ganze Kultur bei über Österreich hinaus, das passt zu dir. Das ist genau das, was dich ausmacht. Und ich gratuliere sehr herzlich. Vielen Dank.